Amon, hör auf damit! Esteban, nach vorn! Nennt mir Verben, die sowohl transitiv als auch intransitiv sein können. Rutschen, trinken, essen und furzen. Dann bildet bitte einen Satz mit furzen und direktem Objekt. Ich furze einen Sturm, ich furze, war es ein Sturm. Den reichen hat er zu getan! Was klotzt du so? Sascha, Sascha, schau ihn an die Hügelicht. Geht's da lang zum Büro des Direktors? Sascha wird vernachlässigt. Seine Mutter ist schon seit zehn Tagen nicht nach Hause gekommen. In welcher Beziehung stehen Sie zu Sascha? Keine Ahnung, in welcher Beziehung stehe ich zu dir. Du bist ein Ex meiner Mutter. Und du hast dich um mich gekümmert. Esteban, wach auf! Werde der Held deines eigenen Lebens! Findest du es eigentlich normal, als einziger Erwachsener, den ganzen Tag unter Kindern zu sein? Das ist was ganz Besonderes. Du gehst unverzüglich zum Herrn Direktor. Röder Hurensohn. Nein, lass mich! Es reicht jetzt! Dieser Junge braucht uns und was tun wir? Wir sind deine einzige Enttäuschung. Die Welt ist wunderschön, aber sie ist oft ungerecht. Es ist schrecklich, dein Sohn zu sein. Du denkst nur an die Schule. Du weißt gar nicht, was Leben heißt. Das sind wesentliche Eigenschaften des Lebens. Nur so könnt ihr euren Platz in dieser Welt finden. Nur so könnt ihr eure eigene Geschichte gestalten. ? Das waren die Schule und volunteer. So것도 später Farbegin назад. Ja, dass wir gerade losfahren, Wie geht es hier? Und dann hat das Sägegn東 gef'm.